und damit herzlich willkommen zu einem neuen part mario party ja es ist durchaus spannend und wir haben ja schon ein paar runden gespielt schau mal wie sieht es eigentlich aus wir sind schon in der achten runde es geht ja rucki zucki mal gucken wir mal was uns jetzt hier so erwartet du willst die türen zwitschen ok menschen nachten runde er wollte es nicht der schinsky am start ja du kannst höchstens münzen klauen aber bitte nicht von mir ja von bario ist ok damit komme ich klar wir sind am start mit einer sieben in der mani 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 und doch jetzt wieder münzen stehlen natürlich auch von bario ja da dürft ihr euch gerne bedienen dürft ihr ihm alles wegnehmen wenn ihr möchtet ja ja so und auch der affe kriegt 10 71 coins das ist unglaublich kommt mal was cooles ja kipp die gerame ist ok das macht schon spaß das ganze let's play das ganze spiel ist cool das ganze die ich Na komm schon... Na komm... Na komm... Das ist so blöd... Komm schon, komm hier, hier, hier... Hier hin, hier, hier hin! War es jetzt für uns? Nein! Ja, sie war schneller. Okay... Oha... Dadurch sind wir auf dem vierten Platz gerutscht. Gar nicht cool, gar nicht cool! Gut, weiter geht's im Text! Wo ist eigentlich dieser blöde Stern jetzt? Hm... Hm... Da ist er! Ach, Mist! Schade, schade, schade! Damit kommen wir jetzt nicht mehr durch diese blaue Tür! Verdammt! Es sei denn, DK switcht die... Ach, schade! Das ist natürlich doof! Glühbirnentanz! Oha! Okay, laufe mit der Glühbirne so schnell... Ah, okay! So, wir müssen hier alles wegbashen! Weg damit! Die roten da unten! Scheiß, die interessieren mich nicht! Oho! Oho! Ich bin Zombie! Gib mir die Glühbirne! Gib mir die Glühbirne! Oho! 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 Schade! 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 Aber gut! Wie gewonnen so, Zaron! Oder gar nicht erst gewonnen! Naja, das ist jetzt... Warte, wir sind jetzt dahinter! Das ist doof! Das ist doof! Ich muss jetzt... Eigentlich will ich gar nicht mal groß würfeln! So, jetzt aber! Shit! Oha, und dann nenne 6! Oh nein! Och, nehm ich schon wieder! Oh no! Das ist wirklich Pech! Natürlich will ich den 1000 Münzen Bonus! Sis! Oh nein! Schon wieder Münz prügeln! Na gut! Ischa! Ischa! Nein! Mein Geld! Mein Geld! Ohohohoho! Ohhohoho! Seid ihr gemein! Ist das böse? Is das böse? So, komm schon! Komm, 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 komm! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Na, kam schon! Komm schon! Ouch und Skisch! Und und und! Naja, eigentlich kann es Momen! Nein! Zehn Münzen nehmen wir verloren! Das ist natürlich riesig! Oh Portal! Das ist so fies. Jetzt muss ich extra eine Runde laufen, wegen dieser blöden Tür. Zwei gegen zwei. Bobfarn. Die jamaikanische Bobmannschaft. Eins, zwei, drei. Hahaha Ja, komm ihr wollt es! Nicht mehr, schlitterne! So! 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 Na? Oh, oh. Lukas, ich hab mir vorbei, du Sack. So. Unser Turbo. Ja. Wir haben ihn gefahren. Und leider weg. Fast abgestürzt. Aber wir haben es gemeistert. Okay. Die Coins sind für uns. Oh, die letzten 10 Runden. Verdammt. Von den zweiten Stern. Okay. Wo verkraucht sich unser Pilz jetzt hin? Ach, da unten. Na, wie schön. Ach, da unten im Bad Way. Hm. Ja, schon ein bisschen doof. Niemand switcht. Switcht die Witsch. So. So. So, ne? Natürlich. Er ist auf richtigem Kurs. Schade. Ne, gar nicht mal. Gar nicht mal. Mario Skidband. Wer ist Dirigent? Der Mario! So. Ähm. So. Okay. Dr. Klara. Wir müssen nur spielen. Dann lass uns ein bisschen musizieren. Start. Jo, komm mal start. Joschi hat es nicht geschafft, uns aus dem Takt zu bringen. Jo, dann würde ich es an dieser Stelle beenden diesen Part und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020